Hallo, ich begrüße euch zu meinem nächsten Part von Wasti Lake Woods. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wo wir weitermachen. Ich würde sagen, beim Albert, der gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber okay, egal. Sommer 1904, Voodoo. Och Gott, Ida, Samuel und Albert, die irgendwann ermordet werden. Aber okay, egal. Ach ja. Okay. Was ist mit der Voodoo-Pup? Nee, ich guck nur auf die. Moll, die sieht aus, als hättest du da oben Würmer hängen, oder? Räge Würmer. Bäh. Okay. Ah, ich bekomme heute gleich zwei Sachen. Das ist nice. Da brauche ich vorher Zeug. Oder ich nehme einfach der Pfeif. Das sollte auch gehen. Alter, der hat ja eine fette Bombs, du. Habt ihr nichts zu essen? Was möchtest? Und das heißt ja, dass Hunger hutsch. Du möchtest gar nichts? Okay. Gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal mit der Pfeife, die Kerze abzuzühlen. Sehr schön. Hört ihr das? Hört ihr das? Das klingt gruselig. Ah, guck. Das ist so gruselig. Das war vorhin nicht. Oder Ewe. Kann ich das nicht aufmachen? Oh, was ist denn das für gruseliges Geräusch? Schlüssel? Okay. Das klingt ja gruselig. Ja, wo soll ich denn jetzt den Schlüssel hernehmen? Ich drücke jetzt einfach ein paar mal drauf und gucke, ob was passiert. Ah, die brennt. Oh Gott, wieso brennen die jetzt? Ach, die, ich hab die mit der Kerze abgezündet. Okay, dann lass mal sie doch mal brennen. Und wer brennt jetzt in echt, wenn die Voodoo-Pupe brennt? Albert. Muss ich das jetzt verstehen? Er schreit. Hört ihr dich? Ach, schreie. Und die Bra steht neben der Trage, ohne was zu machen. Was für ein Unsinn. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was ich durch soll. Ah, der Schrei. Warte. Ja, wer ist denn du wer? Ah, warte, warte, warte. Aber das sieht doch genauso aus. Hä? So, mal die Arra hat sie, ne? Da ist sie kreuzt auf. Ist sie irgendwas? Und sie hat mit der Voodoo-Pupe auf sich. Irgendwas hat sie mit dieser Voodoo-Pupe auf sich. Ich kann die Arme bewegen. Interessant, ich weiß es noch nicht. Das müsste eigentlich für sie... Ah, guck mal, so wie ich es mache, so bewege ich es. Aha. Und das... Ah, jetzt glaube ich, checke ich es. Und da? Ah, okay. Warte. Ich habe einen Schlüssel geschließen. Ich nehme jetzt zuerst mal die Buchs auf. Ein Nadel. Ah, mir schwank Böses. Warte. Dieses Zeichen. Keine Ahnung. Muss ich nur noch rausfinden, wenn die Arme... So sind. Ah, der lust mich nicht mehr. Doch. Wenn die Arme so sind. Hm. Okay, warte. Ich habe eine Nadel und ich weiß, was passiert. Ihr wisst es bestimmt auch. Es ist Wasti Lake. Achtung. Die blutet jetzt. Ich sehe es jetzt schon. War so klar. Ah, die holt die Arme zu. Ah, guck mal. Wenn sie so die Position holt, dann holt sie die... Aha. Warte. So, ne? Okay. Hallo. Hallo. Soll ich kurz Pause machen? Gleich. Was denn jetzt? Was machst du denn da? Ich spiele mit Wutupupen. Siehst du es nicht? Schön. Aha. Wenn sie das... Dann hat sie die... Aha. Den Mund zu. Ach, auf. Ich frage... Könnte doch das sein. Mund zu. Ach, ja. Würde ich sagen. So, wenn sie die Armehunde unten auf ihn zeigt, müssen wir mal noch gucken, wie sie den Mund macht. Mein Lieber, das ist ähm... Denn, warst du der Armehunde? Ja. Ja. Ach, er zu Mund zu. Okay. Ja. Ah, ein Scheer. Was bitte soll ich denn jetzt mit der Recher machen? Soll ich die Puppe aufschneiden? Mama, nein. Es ist was, die Lake, das ist so crazy. Ich glaube, du Knopf. Okay, irgendwo... Die hat jetzt... Ach, ich weiß was. Mir fehlen noch Auge. Ich bin davon überzeugt, dass die Ida jetzt keine Arme mehr hat. Eps. So ist es. Ach komm, das ist jetzt... Wai. Guck, Errungenschaft. Ach Gott. Das ist was, die Flamme. Ich bin auch gleich fertig. Warte. Jetzt steche mal Imo noch schnell das Auge aus. Ach, ich bin nur mittlerweile hart gesordelt. Das schockt mich nichts mehr. So. Eins rechts, eins links. Dann kennen sie sich doch perfekt ergänzen. Oh, die liegt schon auf dem Boden. Was soll denn? Ach, vielleicht Blutverlust, oder? Ja. In der Zeitung war gestanden. Das ist blöd gemacht mit dem Stammbaum. Da kommt man mit der Jahreszahle ein bisschen durcheinander. Dass die ermordet wurden. Aber ich brauche die Augen. Ich sage das. Ach, ja, ich bin gleich. Ich muss die nämlich ins Glas füllen. Zack. Und jetzt? Jetzt geht es weiter im Stammbaum. Mit der Nummer wäre ich jetzt durch. Guck. Wenn ich die alle voll habe, bin ich wahrscheinlich fertig. Okay, ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Und ja, es geht bestimmt crazy weiter. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich liebe dich.